Wir machen heute eine spirituelle Wanderung mit einem Schamanen und ich finde es super. Also es ist echt, ich habe noch nie einen Schamanen gesehen und... Ich wollte genau das in Mexiko machen. Ehrlich? Ja. Okay, dann würde ich sagen, let's go, oder? Yes. Ramon! Vamos! Ist das irgendwas spooky, scary? Ja, du wirst es schon sehen, das wird sehr aufregend. Ich kenne das halt auch aus Afrika, so mit Leuten, die schwarze Magie ausüben und hier hast du nicht gesehen. Und ich hatte Angst, dass wir da dann irgendwo vor jemandem stehen, der so ganz spooky ist. Okay, krass. Gucken wir mal, was jetzt hier... Das habe ich nicht erwartet. Oh, der ist so bunt. Okay, vor dem habe ich keine Angst. Sein erster Eindruck war schon so voll friedlich und harmonisch. Hello. Hallo. Ich glaube, er kann den Spanisch, aber wir haben einen Übersetzer hier. Hello, guys. Hi. Mr. Santos is welcoming you. Hi, thank you. Nice to meet you too. Also ich bin offen für Sachen, wirklich auch für neue Kulturen. Ich bin offen für Rituale, für alles. Pansi, vamos a entrar, la casa de la mujer. Wow. Ich bin jetzt auch sehr gespannt, bin ich echt, ey. Ich glaube, ich glaube, dass man positive Dinge anzieht, wenn man positiv ist, an sowas denkt, glaube ich schon. Ich nehme eine einmalige Erfahrung auch mit Dominik mit, weil ich glaube, so in der Art und Weise wird man so viel zu tun. Und man kann sowas nie wieder erleben. Möchtest du noch was aufschreiben? Ja, klar. Note your wishes. Okay. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich deine wishes überhaupt sehen darf. Das ist okay. Darf ich sie lesen? Ja. Gehen sie dann in Erfüllung? Wenn du sie nicht aussprichst. Ich bin der Meinung, dass zwischen Dominik und mir auf jeden Fall schon was ist. Das ist eine sehr, 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 sehr gute Grundlage. Ich würde von meiner Seite auch sagen, dass es mich auf jeden Fall noch mehr mit ihm verbunden hat. Da standen immer Chiara und Dominik und wir haben das zusammen aufgehangen. Es war schon sehr süß. Irgendwo in Mexiko im Dschungel hängen jetzt meine und Dominiks Träume zusammen mit unserem Namen vorne drauf und die bleiben da auch. Wenn ihr auch eine Rose haben wollt, müsst ihr den Kanal abonnieren. An wen ich die Rosen bereits verteilt habe, könnt ihr in der Playlist sehen. Und wenn ihr eine Folge schon voraus streamen wollt, könnt ihr das auf RTL Plus tun.